Eine neue Folge Köln in Zeit. Wie immer frisch und munter hier aus meinem Büro. Ich grüße euch und erstmal besten Dank für mittlerweile 200 Abonnenten. Absoluter Wahnsinn. Es macht richtig Bock, über meinen Herzensverein zu berichten, was mir so in die Finger kommt. Ja, und gestern in die Finger gekommen ist mir ein Thema, was jetzt nicht so doll ist. Das müssen wir mal besprechen. Es geht um die finanzielle Lage, Stichwort Fan-Anleihen, die wohl doch dramatischer sein soll als bis dato angenommen. Ich werde die Artikel, die ich dazu gefunden habe, mal alle in die Beschreibung packen. Da könnt ihr euch das dann alles nochmal in Ruhe durchlesen, falls es jemanden interessiert. Weil es doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kompliziert ist. Aber ich würde sagen, ich gebe jetzt mal mein Bestes, um das halbwegs vernünftig zu erklären. Ja, und zwar geht es um ein Thema, was fast an mir vorbeigegangen ist. Ich habe das gestern bei Sky im Format Glanzparade gehört, also mit Wolf Fuß und Thomas Wagner gestern Abend. Es gibt nun auch weitere Quellen, in denen es heißt, dass die finanzielle Lage noch dramatischer sei als bis dato angenommen. Fakt ist, wir sind ja der Bundesliga-Verein, der am wenigsten Geld ausgegeben hat in diesem Sommer. Nur Jeff Chabot ist für eine Ablöse von 2,5 Millionen zu uns gewechselt. Alle anderen kamen ja entweder ablösefrei oder via Laie. Was bekannt ist, sind ja die Rückzahlungen aus den Corona-Hilfen, die zum einen fällig werden. Das ist ja auch soweit nichts Neues. Aber dann gibt es zusätzlich noch eine, wie sie es nennen, Fan-Anleihe aus dem Jahr 2016, die 2024 wohl ausläuft. Also ich versuche mal, das halbwegs verständlich zu erklären. Also im Jahr 2016, also das war ja noch die Werle-Zeit, hat der FC eine Fan-Anleihe aus dem Jahr 2012 zurückzahlen müssen und überwiesen damals 3 Millionen Euro an private Kreditgeber. Dann ist man hingegangen und hat sich frisches Geld günstig geliehen. Also günstig halt deshalb, weil der Leitzins bei der EZB ja noch bei 0% lag. Das war ja diese ewige Phase der Nullzinspolitik. Und daraufhin konnte der FC seine festverzinste Anleihe an die Fans für eine jährliche Niedrigzinswährung von 3,5% herausgeben. Und so sollten, so zumindest der Plan, insgesamt 15,5 Millionen Euro eingesammelt werden, die als Eigenkapital zählen sollten, Schrägstrich zählten. So, jetzt ist es so, dass der FC bis September 2024, also nächstes Jahr, 3 Millionen, die von den 15,5 Millionen Euro als Schmuckanleihen ausgegeben wurden, zurückzahlen muss. Die verbliebenen 12,5 Millionen Euro wurden bereits teilweise, die Höhe ist jetzt nicht bekannt, getilgt. Die Rechtsschuld liegt schätzungsweise, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber die Rechtsschuld liegt schätzungsweise bei 7 bis 10 Millionen Euro, die wir binnen eines Jahres ausgleichen müssen. Ja, also nochmal diese Zahlen kurz zusammengefasst. Von den 15,5 Millionen Euro wurden 3 Millionen als Schmuckanleihen ausgegeben. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was Schmuckanleihen sind, keine Ahnung, ja, die müssen wir auf jeden Fall zurückzahlen. Und von den verbliebenen 12,5 Millionen Euro wurde ja nur teilweise etwas getilgt. Und daraus ergeben sich dann eben diese 7 bis 10 Millionen Euro an Rechtsschuld, die wir eben binnen eines Jahres zurückzahlen müssen. Ja, das ist soweit, wie ich das jetzt verstanden habe. Ein weiterer Aufschub oder eine neue Anleihe ist wohl unmöglich. Was heißt, wir müssen diese Rechtsschuld bis nächstes Jahr September zurückzahlen. Wenn das exakt so stimmt, ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum wir auf dem Transfermarkt diesen Sommer nicht aktiver gewesen sind. Wer weiß das schon, ja. Ja, also zusammengefasst, wir haben, wenn das genauso stimmt, ne, und da habe ich kein Zweifel, um ehrlich zu sein, ein echt großes Problem, da wir ja auch einige Laien laufen haben. Und sofern die Spieler einschlagen, niemals, egal was passiert, die nötige Ablöse aufbringen könnten. Ja, also, ergo, zusammengefasst, es geht meiner Meinung nach nur darum, dieses Jahr irgendwie, egal wie, in der Liga zu bleiben. Um nichts anderes, ja, denn ein Abstieg, ich will gar nicht dran denken, Leute, ne. Also, das mal so das Thema finanzielle Lage und ich verlinke natürlich alle Quellen, Artikel, die ich so gefunden habe, in der Beschreibung, falls es jemanden noch en Detail interessieren sollte.